Hi, mein Name ist Kim. Ich bin bei SCHUNK für alle Themen rund um das duale Studium zuständig. Egal, ob ihr im Master oder Bachelor studieren wollt, es gibt bei uns alle Möglichkeiten. Ihr könnt mich bei Fragen jederzeit gerne erreichen, entweder per E-Mail, per WhatsApp oder auch über Social Media. Das duale Studium ist für alle der perfekte Karriereeinstieg, die Lust haben, Theorie und Praxis miteinander zu verknüpfen. Das bietet euch nämlich die Möglichkeit, Vollzeit an der Hochschule zu studieren und während der vorlesungsfreien Zeit in eurem Partnerunternehmen, am besten also bei uns, zu arbeiten. Das Besondere am dualen Studium bei uns ist, dass man ganz viele verschiedene Bereiche kennenlernen kann als Technologiekonzern. Habt ihr also alle Möglichkeiten, entweder ihr entwickelt zusammen mit unserem Team die Werkstoffe von morgen oder treibt die Dienstleistung voran und am Ende habt ihr ein vollwertiges Studium in der Tasche. Überzeugen kannst du mich im Vorstellungsgespräch, wenn du offen und ehrlich bist und ganz viel Motivation für das Studium mitbringst.